Sehr geehrter Herr Stadtvorte und Vorsteher, meine Damen und Herren, liebe Gäste, aufzeigen Vorhören. Wir hatten im Finanzausschuss oder beziehungsweise im Sonderausschuss Schule Bildung und Finanzen sehr gerne eine Woche, die Frage gestellt, warum die Immobilien, BWH und OKP, zwischengeschaltet wird in diesem Konstrukt. Wir haben dann als Antwort erhalten unter anderen, dass das sich positiv auf das Umsatzsteuergesetz auswirken würde. Ertragssteuer, das ist ja fast dasselbe. Umsatz, Umsatz und Ertragsfragen. Ich zitiere hier mal den § 4 Steueraussteuerung, Verläsungen und sonstigen Leistungen. Können Sie doch mal einfach mal zugucken. § 4 Absatz 12 1a. Die Vermietung und die Verpackung von Grundstücken von Berechtigungen für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke gelten und von staatlichen Oberheizrechten die Nutzung von Grund und Boden betreffen. B. Die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zur Nutzung aufgrund eines auf Übertragen des Eigentums gerichteten Vertrags- oder Vorvertrags. C. Die Bestellung, die Übertragung und die Überlassung der Ausübung von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstücken. Dem gegenüber steht jetzt im Umsatzsteuergesetz der § 15 Vorsteuerabzug, zitiere auch hier, Absatz 2. Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist die Steuer für die Lieferung, die Einfuhr, den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen, sowie für die sonstigen Leistungen, die der Unternehmer zur Ausführung folgender Umsätze verwendet. Absatz 1. Steuerfreie Umsätze. Hier stellt sich nun die Frage, was ist jetzt umsatz- oder absetzungsfähig? Sind es die Mieten oder ist es gleichzeitig auch ein Teil der Baukosten? Beides geht schlecht. Und da möchte ich gerne hier und jetzt, bevor die Abstimmung beginnt, noch eine Erläuterung hören. Danke. 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 Danke.